Wenn wir Lügen über uns glauben, werden wir nicht in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Weil Lügen uns die Freiheit rauben und uns gefangen nehmen. Sie nehmen uns gefangen in unser eigenes Gefängnis, in dem wir uns dann befinden. Sie führen uns in ein inneres, emotionales Gefängnis. Und da leben wir nicht in der Kindschaft, sondern in der Knechtschaft. Und da leben wir nicht in die Freiheit der Kinder Gottes kommen.